Freunde, heute kommt mal was ganz neues in YouTube. Ich zeige euch zehn Pranks, die man leicht selber in der Schule oder zu Hause nachmachen kann. Jedoch sollte man so etwas nur mit Freunden machen, die Spaß verstehen. Und bei 20.000 Likes kommt ein zweiter Teil. Ihr entscheidet, ob ihr davon mehr sehen wollt. Los geht's. Wenn euer Tischpartner im Unterricht eben auf Toilette verschwindet. Nimmt seinen Kugelschreiber und macht etwas Sekundenkleber vorne an der Mine. Wenn er von dem Stuhlgang wiederkehrt, wird er sich wundern, dass sein Kugelschreiber plötzlich nicht mehr schreibt. Für unseren nächsten Prank brauchen wir eine leere Klopapierrolle und so ein Blatt mit einer Bölle aufschrift. Ich habe es mir ausgedruckt. Das Ganze auf die Schnelle ausschneiden. Er sollte die Breite der Klopapierrolle haben. Jetzt nehmen wir ein Taschentuch. Weil wir nur ein Teil davon benötigen, schneide ich etwas weg. So, auf die Papierrolle angebracht, mit Klebeband fixiert, kann jetzt unsere Bombenaufschrift drauf geklebt werden. Jetzt brauche ich eine Zündschnur. Aneinanderliegenden Streichholzköpfen würde es auch ziemlich echt rüber kommen. Die Lunte mittig in den in Klammern Böller setzen, mit Heißkleber befestigen, damit es nicht einfach durchfällt. Jetzt habt ihr einen auf den ersten Blick täuschend echten Böller. Wenn ihr die Lunte zünden werdet und es eurem Kumpel vor die Füße wirft, bekommt er einen Schock und rennt weg. Euer Kumpel sitzt nah an einer Steckdose in der Schule, ladet sein Smartphone auf und schaut sich Jumanji-Videos an. Wartet auf den Moment, wenn er mal wieder seinen Gang zum Stuhl macht. Klebt das Ladegerät mit Klebestreifen so ab. Und wenn er wiederkommt, wird er sich wundern, dass sein Ladegerät nicht funktioniert. Nehmt Heinrich den Kugelscheiber eures Tischnachbarns und holt die Mine raus. Schneidet etwa 1 cm davon ab und steckt alles wieder so rein, wie es vorher war. Euer Tischnachbar wird sich wundern, dass beim Versuch zu schreiben, seine Kugelscheiber Mine immer reingeht, aber ihr müsst diesen Stift natürlich ersetzen. Euer Lehrer liebt Geld und Geld liebt euren Lehrer? Dann macht ordentlich Sekundenkleber auf eine funkelnde Münze. Klebt diese auf den Fußboden vor Beginn des Unterrichts in der Nähe des Lehrerplatzes. Und schon könnt ihr eure Schulstunde chillen, während der Lehrer versucht, die Münze aufzuheben. Für diesen Prank brauchen wir ein Smartphone, einen Stift und Neodym-Magnete. Ich hole alles aus dem Kugelscheiber raus und säge den mittig durch. Ein Stück vom Taschentuch stecke ich in die leere Höhle des Kugelschreibers rein. Und das mache ich an beiden Kugelschreiberhälften. Jetzt kommt eine Ladung Heißkleber und auf den Heißkleber mein Neodym-Magnet. Auch das mache ich an beiden Kugelschreiberhälften. Jetzt kann ich meinen Mitschülern zeigen, dass ich mit einem Kugelschreiber mein iPhone durchgeschlagen habe. Für diesen Prank brauchen wir Klebeband. Wenn man genau weiß, dass der Kumpel sich gleich Hände waschen wird, klebe ich den Wasserhahn ab und lasse eine kleine Öffnung nach vorne. Der wird ganz bestimmt ziemlich nass. Für diesen Prank zeige ich meinen Mitschülern, wie ich ein Tuch in der Hand verstecke und fordere sie auf, reinzugucken, dass es wirklich verschwunden ist. In dem Moment, wenn die reingucken, schlage ich von unten meine Hand und ein Wasserstrahl schieße denen ins Gesicht. Falls ihr wisst, wie ich es gemacht habe, schreibt in die Kommentare, ansonsten decke ich diesen Prank im nächsten Video auf. Ein weiterer Kugelschreiberprank. Dieser jedoch setzt erst nach einigen Minuten ein und somit werdet ihr nicht in Verdacht geraten. Das vordere Teil der Mine mache ich ab und tue da Heißkleber drauf. Stecke alles schnell zusammen, wie es war und erst, wenn man mit diesem Stift bereits etwas geschrieben hat, setzt der Prank ein. Und ihr seid bereits über alle Berge. Um Heißkleber in die Schule zu nehmen, reicht ein einfaches Streichholz. Zu Hause etwas Heißkleber drauf geben und in der Schule Streichholz anzünden und ihr habt Heißkleber. Freunde, bei 20.000 Likes kommt Teil 2 und ich möchte euch bitten, den neuen Kanal der TM-Reihe abzuchecken. Wenn euch Jumanji gefällt, wird es Lucky auch tun.